Ja, damit ist jedenfalls ein Rätsel für mich gelöst. Womit? Nun, Sie sagen doch, es sei ein Teil des Oberlaufs vom Hemmloch und darüber war ich mir eigentlich gar nicht im Klaren. Ja, das habe ich lediglich angenommen. Haben Sie schon gefischt auf der Strecke? Nö, ich habe die Karte ja erst seit gestern. Aber sieht ganz interessant aus, nicht? Vielleicht könnten wir alle mal morgen in der Gegend fischen, hm? Ja, eben, warum nicht? Ja, das könnte ganz interessant werden. Ach, entschuldige, ich muss mich verabschieden, eine Dame wartet auf mich. Ja, dann Ausschnitt, Büro. Ach, wer hat Ihnen übrigens gesagt, ich hätte nach Ihnen gefragt. Oberst Ross. So. Ja. Ein herrlicher Morgen. Schau mal die Berge. Schottland ist schön. Ja. Und wohin fahren wir zuerst? Zuerst zu Oberst Ross. Und dann? Und dann gehen wir fischen. Vielleicht begegnen wir den Herrn Myers und Dawson. Ach, Ken, ob wir nicht doch nur Phantome nachjagen? Ja, das tun wir ohne Frage. Aber Phantomen, die Schatten werfen, mein Kind. Mhm. Yeah. Äh. Ja.